Hi Freunde und herzlich willkommen hier war G-Gaming, Flo von am Start. Heute gibt es wieder den täglichen FIFA 22 Content hier für euch auf dem Kanal. Falls ihr das Video auf der Startseite habt und noch kein Abo dagelassen habt, dann holt das sehr, sehr gerne nach. Lasst gerne Support da, Interaktion mit dem Video und wir wollen uns heute um 19 Uhr Content mal wieder kümmern, denn er ist da. Nicht so wie gestern, wo kaum was gekommen ist, nur mit der Showdown SBC, die am Start war. Nein, wir haben heute einiges, über das wir reden und ich würde natürlich gerne eure Meinung wieder zum Content wissen. Schreibt mir das also gerne rein, runter in die Kommentare, wäre auch nice für den Algorithmus und ihr wisst Bescheid, gerne auch das Video bis zum Ende schauen. Watchtime, extrem wichtig, von YouTube-Seite aus, also Dankeschön auf jeden Fall für den Support, danke für die Interaktion. Egal wie, mit einem Daumen nach oben, egal wie, lasst auf jeden Fall Liebe da. Ja, Dankeschön dafür, erstmal an dieser Stelle für sowieso die letzten Wochen und Tage und jetzt zur Team of the Season Zeit habe ich auf jeden Fall mega Bock mit euch durchzuziehen und ich hoffe, ihr habt genau so Bock wie ich. Wir werden gleich noch ein paar Sets machen, aber anfangen wollen wir jetzt erstmal ganz entspannt mit den Zielen, Freunde. Da haben wir wieder Team of the Season Cup, gleiches System, fünf Tage ist das Ding da. Wir bekommen als Gruppenreward ein Jumbo-seltenes Spielerpack und folgendes Prinzip ist da einmal am Start. Also wir haben einmal hier quasi ein Sieg, zwei Sieg, drei Siege, vier Siege bis zehn Siege durch. Wir bekommen wunderbare Sets jeweils dann immer und das ganze Ding läuft fünf Tage und wir haben wieder pro Tag drei Matches zu spielen. Ich zeige euch gleich den Modus Team of the Season Cup. Hier bekommen wir erstmal ein FX-Spielerpack bei dem ersten Sieg. Das sind 80+, zwei 80+, sogar FX-Spielerpack, bei zwei ebenfalls wieder 80, seltener FX-Spielerpack, mega nice. Jumbo-Premium-Goldpack ist dann untradable hier am Start, 5,83+, seltener FX-Spielerpack, bei vier. Bei fünf haben wir da Prime-Electro-Spielerpack untradable, sechs Premium-Goldspielerpack, 5,83+, seltener FX-Spielerpack, bei sieben Siegen, bei acht Siegen Premium-Goldspielerpack untradable, Megapack bei neun Siegen und zehn Siege, 5,83+, seltener FX-Spielerpack. Also pro Tag haben wir drei Matches, also Team of the Season Cup, ich zeige es kurz, gehen wir hier rein zu Online-Spielen und dann haben wir folgenden Modus. Team of the Season Cup, ihr seht es auf der linken Seite, fünf Tage Zeit pro Tag, da seht ihr einmal den Timer, 24 Stunden auf der Zeit. Übrige Spiele sind drei, haben wir also drei Matches und da können wir eben, wie gesagt, entweder direkt pro Tag drei Siege holen, dann habt ihr das relativ schnell durch, wenn ihr aber sozusagen jeden Tag nur einen Sieg holt, dann würdet ihr am Ende des Tages dann sozusagen eben nur fünf Siege holen. Ja, die Voraussetzungen sind folgende, sie sieht ja unter meiner Facecam, Leihspieler genau 0, Spielerqualität genau Gold, Basis selten, Team of the Week, Foot-Champions-Spieler sind erlaubt und Team of the Season oder Team of the Season Moments auch. Davon insgesamt genau 18, heißt sowohl auf der Bank als auch in der Startelf. Das Problem ist, Team of the Season oder Team of the Season Moments-Karten dürfen maximal nur eine dabei sein. Ich weiß, also ich persönlich fühle es auf jeden Fall, dass wenn ich mal nichts zu tun habe in FIFA, dass ich reingehen kann in den Modus und dann, es sind wie gesagt nur drei Matches und so wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt gerade nicht, dass meine Facecam drüber. Halbzeit Länge ist nur drei Minuten, Versuche pro Tag also drei. Insofern, ich finde es eine coole Abwechslung, das Ganze geht relativ schnell und dementsprechend einen coolen Squad zusammenbasteln. Ich weiß, dass jetzt momentan zur Team of the Season-Zeit viele Team of the Season-Spieler auch spielen wollen. Viele finden es blöd, dass man nur Basisspieler, seltene Goldspieler, Team of the Week oder Foot-Champions-Spieler dann quasi nutzen darf sozusagen. Das war ja zur Foot-Captions-Promo auch schon mal am Start. Aber ich finde es eigentlich eine coole Abwechslung. Klassisches Spiel ist das Ganze von den Regeln her und wie gesagt, es geht relativ schnell und ich muss sagen, die Pack-Rewards finde ich mega. Also die Pack-Rewards, da habe ich echt mit Schlechterem gerechnet. Passend zum Team of the Season und dann noch der Gruppen-Rewards mit einem Sumo-Seltenden-Spieler-Pack. Richtig coole Geschichte, gefällt mir sehr, sehr gut. Lasst mich dazu auf jeden Fall schon mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Dann gehen wir einen Step weiter und das heißt Squad-Building-Challenges. Da haben wir heute endlich mehr als diese Showdown-Squad-Building-Challenge. Wir haben nämlich eine Spieler-SBC. Ja, ich weiß, ihr wisst Bescheid, Innenverteidiger ist nicht so mein Favorite. Aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, das finde ich eine gute SBC. Wieso, weshalb erkläre ich euch gleich. Wir haben einen Innenverteidiger aus der ERE-Devise am Start. Finde ich eine coole Geschichte. Warum? Weil wir jetzt einen kompletten Team of the Season-Squad aus elf Spielern der ERE-Devise voll machen können. Wir haben Linksverteidiger, wir haben Rechtsverteidiger, wir haben zwei Innenverteidiger, wir haben Torhüter, wir haben Mittelfeldspieler. Wir haben in der Offensive alles. Also wir können auf jeden Fall den wunderbaren ERE-Devise-Squad jetzt eben mit diesem Spieler hier machen. Ich sehe auch nur ein Segment. Das heißt schon mal Gutes hoffentlich. Drei Sterne, vier Sterne bringt er mit. Mittel-Hoch-Arbeitsraten. Mittel-Mittel, lass mich nicht was Falsches sagen. 85 Tempo, ja. Und dann haben wir in Anführungsstrichen nur 88er Reaktionen, aber es ist eine 88er-Greatete-Karte und dafür sieht die relativ gut aus. Nicht schlecht. Frankreich bringt er auch noch mit. Und wie gesagt, wir können jetzt einen komplett ERE-Devise-Squad einmal voll machen. Finde ich eine coole Sache. Wir gucken uns das gleich im Detail bei Footbin natürlich auf jeden Fall nochmal an. Ist doch logisch, ist doch klar. Aber an sich eine coole Sache. Jetzt ist, ich weiß noch nicht, was er kostet. Ich bin gespannt. Was kostet der gute Mann? Okay, ein 83er ist okay. Ein Team of the Week, okay. Können wir wieder darüber diskutieren. 75 Teamspiel ist relativ viel. Und einen Franzosen müssen wir abgeben. Lasst mich dazu eure Meinung mal wissen. Wie lange ist er da? Eine Woche? Ja, also ich denke schon mit Rewards und so weiter und so fort kann man auf jeden Fall den ganz entspannt abschließen. Und ja, gerade wenn man Bock hat, auch ERE-Devise-Fund-Squad dann auf jeden Fall einfach mal mitnehmen. Und dann halt wie gesagt den kompletten ERE-Devise-Squad einmal voll machen. Aber ich denke, die Raspadori mit den neun Sternen insgesamt, das war auch schon eine gute Squad-Bending-Challenge. Schön zu mitnehmen. Keine schlechte Geschichte. Dann haben wir die zweite Community-Todd-Challenge mit einem seltenen gemischt Spielerpack am Start. Und da müssen wir folgendes abgeben. 75er-Gradian-Squad, 90 Teams-Schmie. Anzahlspiel im Team sind elf, einen seltenen vier Spieler aus einem Verein. Mindestens vier kann man mitnehmen. Auch nicht schlecht. Und dann interessanterweise, aber wir haben auch noch Bad Moms Jade Trikot am Start. Könnt ihr auch gerne machen, falls ihr Bock darauf habt. Wir haben die eigenen Moments Upgrade SPC wieder zurück am Start. Ich habe eben mal nachgeschaut. Vor zwölf Tagen haben wir in einem Video das Pack geöffnet, Freunde. Macht ihr die eigenen Moments Upgrade SPC? Ich habe eben schon ein bisschen mit dem Stream-Chat ein bisschen gequatscht, falls ihr nicht Bescheid wisst. Ich bin ja auch jeden Tag online bei Twitch. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Allerdings findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Schaut da gerne nach. Ja, neue Moments Upgrade SPC. Wie zweimal wiederholbar sogar. Eine Woche da. Zwei 86er, ein 87er und 88er Grader Squad. Zwei TOTWs. Also hier ein und hier ein. Und dann kleine feine Sets, die wir zurückkriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut bei der Community ankommt. Und ich weiß auch nicht so wirklich, ob da jetzt viele mitgehen. Insofern würde mich brennend interessieren, wie ihr zu der eigenen Moments Upgrade SPC steht. Macht ihr sie? Macht ihr sie nicht? Sagt ihr, da packe ich alle mein Futter rein und werde einfach mein Glück versuchen? Oder wie sieht es da bei euch aus? Oder sagt ihr, Iconswaps habe ich jetzt erstmal zu tun. Das reicht mir. Die Icons, die ich da mitnehme. Und dann fette ich aus Miggy Maus. Lasst mich das gerne mal bitte wissen in den Kommentaren. Wir gucken gleich natürlich zu den Preisen der SPCs auch nochmal rein, wie das Ganze aussieht. Aber das ist auf jeden Fall der heutige neue Content in Bezug auf SPCs. Ja, und ich habe euch versprochen, wir gehen auch in die ein oder andere Sets mal rein. Und ich dachte, hier vorne haben wir direkt zum Beispiel ein Premium-Goldspieler-Pack. Hoffentlich ist das auch das Tradable. EA ist da manchmal ja am Failen, was das Ganze angeht. Aber ich denke, auf entspannt heute Sonntagabend, Freunde. Das Wochenende geht zu Ende. Gucken wir mal so in die Packs rein. Gucken wir mal ein paar Packs. Ich habe einige aufgespart. Aber ich bin mir wirklich noch unschlüssig. Da könnt ihr gerne mal auch eure Meinung reinschreiben in die Kommentare. Welche soll ich öffnen jetzt schon zum Community? Ihre Devise Team of the Season. Und welche soll ich wirklich aufsparen? Hier jetzt garantiert 83 plus mit dabei. Und auch wieder nicht. Also bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Ihr seht, Team of the Season-Counter ist noch nicht da. Also dementsprechend, ich kümmere mich um den Rest nachher. Springen wir mal rüber, würde ich sagen. Und zwar zu Footbin. Und gucken uns da jetzt mal alles gemeinsam. An. Also, ich habe es gesagt. Boss Shugly. Oh, 30k die SPC. Nur mega. Sehr, sehr nice. Das ist der einzige Spieler. Natürlich kein Mini-Release zum Team of the Season, der rausgekommen ist. Er ist auf jeden Fall am Start. 30k. Ey, coole Geschichte. Da kannst du echt nichts dagegen sagen. Das heißt auf jeden Fall, das Futter ist auf jeden Fall sehr weit unten. Und hier haben wir 13% nur Daumen hoch bei der Icon Moments Upgrade SPC. 87% Daumen nach unten. Fast 600k. 550.000 Münzen. Und dann haben wir die Community-Todd Challenge. Die kommt auch gut an. Die kann man auch machen. Und Triko SPC wie immer schlecht gewotet. Also, schauen wir uns die mal an. Dann Upgrade-mäßig 30k. Ja, den musst du auf jeden Fall einfach mal mitnehmen. Einfach mal mitnehmen. 14 Physis, 13 Def, 11 Pace. Also, da kannst du nichts gegen sagen. 94er, Encore 95er. Und wie gesagt, er komplettiert jetzt hier den Eredivise-Squad. Es ist ein erneuter Innenverteidiger. Aber Freunde der Sonne, für einen geilen, kompletten Eredivise-Team of the Season-Squad kannst du da absolut nichts gegen sagen. Für den Preis einfach mal mitnehmen. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Top-Content für heute mit der Puzzle-ASPC, die auch endlich wieder da ist. Eigen-Moments-Upgrade-ASPC. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Lasst mich da gerne eure Meinung, wie gesagt, mal zu wissen. Ich fühle es persönlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie angreifen wird. Sogar zweimal wiederholbar. Ist schon heftig, Freunde. Also, ich glaube, da wollen sie einfach jetzt uns auch das Futter wieder nehmen. Beziehungsweise uns dazu wagen, Sets jetzt wieder zu öffnen. Weil, seien wir ehrlich, wir warten alle. Bis auf das Premier League-Team of the Season. Das kommt. Das Bundesliga-Team of the Season. Das sind richtig geile Team of the Seasons, um dann eben schön zu öffnen. In dem Sinne würde ich sagen, warten wir noch. Halten die Füße still. Und, ja, bis der Rest also kommt. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das für den heutigen Sonntag. Lasst mich gerne wissen, ob ihr schon ein von den ganzen Team of the Seasons gezogen habt. Schreibt es mir rein in die Kommentare. Lasst Liebe da. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Euch einen entspannten Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.